Es geht nicht darum, wer die absolut stärksten Geher sind oder die wildesten Bergsteiger, sondern wir probieren auch heute. Sollen wir bei einem Casting eine Gruppe zusammenstellen, die etwas gut zusammenpasst, weil das sehr wichtig ist bei so einer Tour. Ein anderer Teil ist natürlich das. Das wird unterschätzt. Viele glauben, ich bin ein super konditionsfähig, aber das Skifahren ist schon ein ganz wesentlicher Teil. Hallo, ich bin der Stefan, ich bin der Sauer aus Tirol. Ich bin 45 Jahre alt und ich freue mich total bei der Transalp dabei zu sein. Super! Ich bin die Nadine, komme aus Stuttgart, bin 38 Jahre alt und ich freue mich auf die Transalp, einfach mit Skiern über die Berge, im Vorderab fahren und einfach ein Abenteuer erleben mit tollen Leuten. Daraus freue ich mich. Ich bin der Ritsche Bernd aus Sölfern, bin 54 Jahre alt und ich freue mich, weil ich in ein Gebiet komme, wo ich noch nie gewesen bin. Ich bin die Babel aus dem Allgäu und ich freue mich so durch Querung mit Ski. Mega! Ja, ich bin die Karo, ich bin 36 Jahre alt aus Allrans und die Ski durch den Berg ist ein Hammer und in dem Gebiet mit netten Leuten. Es wäre super! Servus, ich bin der Christian und ich freue mich mega auf die Transalp, weil es schon ein langer Traum von mir ist. Hallo, ich bin der Gerhard aus Grünster, bin 36 Jahre alt und ich freue mich riesig auf die Transalp. Mit dem Bike bin ich schon gefahren und jetzt mit der Ski mit lässigen Leuten. Es wird einfach ein Hammer werden, egal wie das Wetter ist, zusammenhalten und durchbeißen. Ich bin der Helmut Kaltenhaus aus Bramberg, 47 Jahre alt und ich freue mich auf die Transalp, weil für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen.